Hallo liebe YouTube-Menschen, am 14. Januar ist es mal wieder soweit. Samsung, haut einen raus! Ja, Samsung hat geladen und zwar am 14. Januar um, ich glaube, 16 Uhr gibt es einen Livestream. Da könnt ihr euch das Ganze reinziehen. Das Ganze findet unter dem Motto Welcome to the Everyday Epic statt. Da beschreibt Samsung, dass sich unser Jahr 2020 ja relativ stark geändert hat. Mobile Vernetzung hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Wir treffen uns digital mit Freunden und Arbeitskollegen. Viele arbeiten auch von zu Hause aus. Und das will Samsung so ein bisschen unter dem Hut verpacken, die neuen Geräte. Vielleicht bekommen wir auch eine Weiterentwicklung von Samsung Dex. Also die Möglichkeit, sein Smartphone per Kabel an einen Monitor anzuschließen und dann einen Rechner zu haben. Wobei ich das eher nicht glaube. Könnte ich mir aber vorstellen. Passt halt zu dem Motto. Vielleicht bekommen wir auch was zu neuen Buds zu sehen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Motto zu den neu vorgestellten Geräten oder einem neu vorgestellten Konzept passt. Samsung hat auch einen kleinen Trailer rausgehauen. Da sehen wir so einen kleinen IC-Cube, in dem sich irgendwas verbirgt. Und da es ja schon relativ viele Bilder und Leaks zu den neuen Geräten gibt, erkennt man halt auch, dass dort das Kameramodul zu sehen ist, was sich dort in dem Block versteckt oder so ein bisschen sneaky durchguckt. Relativ sicher ist aber, dass es drei neue S21 geben wird. Zum einen das normale S21, dann das S21 Plus und das S21 Ultra. Und das S21 Ultra soll sich noch ein bisschen von den beiden anderen Geräten abheben und in der Ausstattung noch ein bisschen mehr glänzen. Da zeigt Samsung dann quasi, was möglich ist. Und das kennen wir ja auch schon von zum Beispiel Apple. Da gibt es ja das Mini, das normale 12er, das 12 Pro und das 12 Pro Max. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen ein Äquivalent dazu. Aber werfen wir doch mal einen bisschen genaueren Blick auf die drei Geräte. Das S21 soll ein 6,2 Zoll großes Display bekommen. Das S21 Plus ein 6,7 Zoll großes Display. Und das S21 Ultra bekommt ein 6,8 Zoll großes Display. Das S21 und das S21 Plus soll ein gerades Design bekommen, was das Display angeht. Also kein Curved Design mehr. Ich weiß gar nicht, ob das andere Hersteller dann vielleicht auch machen, dass man wieder weggeht von dem kurvigen zu eher so geraden Design. Naja, wir werden das in Zukunft auf jeden Fall sehen, ob wir das mal irgendwo bei anderen Herstellern entdecken. Die Auflösung vom S21 und S21 Plus soll sich vielleicht wieder ein bisschen verringern. Allerdings soll auch wieder ein 120 Hertz Display verbaut werden. Beim S21 Ultra, dem 6,8 Zoll großen Gerät, da soll es so sein, dass wir wieder abgerundete Ecken haben. Wir haben das super Display, was wir auch schon, glaube ich, aus dem Note kennen. Also von daher, Display-mäßig wird beim Ultra alles möglich sein, was gerade geht. Alles da sein, was gerade geht. Also auch hoffentlich wieder Quad-HD-Auflösung. Aber werfen wir doch mal einen kleinen Blick auf den Prozessor. Denn bei Samsung war es ja immer so, dass es unterschieden wurde. Für die einen gab es Snapdragon, für die anderen Exynos. Und das wird jetzt wohl wieder genauso sein in den USA, also im amerikanischen Raum. Da wird es den Snapdragon 888 geben. Und für uns hier, bei uns in Europa, da gibt es den Exynos 2100. Und das war ja immer so ein bisschen so ein, naja, wenn man gerade mal auf den Akku schaut, ein Nachteil für uns. Allerdings soll das diesmal ein bisschen anders sein. Denn ich habe jetzt gelesen, dass es mit der Energieverwaltung soll sich gebessert haben. Der Prozessor soll ein bisschen höher getaktet sein. Und was so Bildverarbeitung angeht, da soll der auch gar nicht mal so übel sein. Das muss dann natürlich aber die Praxis zeigen, wenn die Geräte draußen sind. Aber es könnte sein, dass das diesmal kein Nachteil ist, dass wir hier einen Exynos-Prozessor bekommen, sondern dass der vielleicht die Nase vorn hat. Aber wir werden mal schauen und uns überraschen lassen. Geändert? Ja, geändert hat sich beim Kameradesign nicht viel. Zumindest beim S21 und S21+. Also von den inneren Werten. Vom äußeren her hat sich da einiges geändert. Und das sieht man ja auch schon in dem Teaser. Das ganze Modul, das war ja vorher immer so ein bisschen wie hier bei dem iPhone, so ein Block, so ein fetter Kamerahubbel, mal mehr, mal weniger raussteht aus dem Gehäuse. Jetzt ist es so, dass Samsung das Ganze eher so ein bisschen fluider, organischer mit in das Gehäuse und auch in den Rahmen einarbeiten wird. Das werden wir uns dann aber mal anschauen, wenn die Geräte präsentiert wurden. Ich habe ja eben schon über das Innere gesprochen. Beim S21 und S21+, soll sich da halt nicht so viel geändert haben. Ich denke mal, der größte Schwerpunkt wird dann da sein, was die Bildverarbeitung angeht. Und da müssen wir uns dann von dem Exynos einfach mal ein bisschen überraschen lassen, was auf der digitalen Seite aus den Bildern noch rausgeholt wird. Aber bevor wir jetzt nochmal auf die inneren Werte des S21 Ultrakameramoduls oder beziehungsweise der Modul eingehen, bleiben wir doch mal bei der Rückseite. Denn es soll jetzt wohl so sein, dass beim S21 und S21+, Kunststoffrückseiten verbaut sind. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich gut hochwertig ist. Wobei Kunststoff ja nichts Negatives mehr sein soll. Denn mit Kunststoff lässt sich ja relativ viel machen. Und beim S20 Fan Edition war das ja auch aus Kunststoff. Das hatte ich mir kurz mal angeguckt. Und das war jetzt auch nicht super schrecklich oder so. Hat sich okay angefühlt. Beim S21 Ultra soll dann aber auch wieder Glas auf der Rückseite verbaut werden. Und da bin ich ja mal gespannt, wie sich das mit dem Kunststoff so schlägt. Denn das Gerät wird ja nicht billig. Und auf den ersten Hörer und auf den ersten Blick, wenn man das liest, dann denkt man, okay, Kunststoff für ein 1000 Euro Smartphone. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Und beim S21 Ultra, da soll auf der Rückseite sogar Corning Gorilla Glass 7 verbaut sein. Also nochmal eine Ecke hochwertiger. Und das hebt das Ultra von den beiden anderen Geräten noch ein bisschen mehr ab. Aber ich würde sagen, wir werfen nochmal einen kleinen Blick auf die Rückseite des S21 Ultra. Denn kameramäßig hat Samsung auch da wieder die Spendierhosen angehabt. Es gibt zum einen ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 12 Megapixeln. Dann haben wir noch ein Weitwinkelobjektiv mit 108 Megapixeln. Das ist dann auch quasi die Hauptkamera des Geräts. Dann haben wir noch eine Linse, die hat dreifachen optischen Zoom. Also das heißt, ohne Qualitätsverlust dreifach optisch ran zoomen. Das Ganze hat dann 10 Megapixel Auflösung. Und wer davon noch nicht genug hat, was Zoom angeht, der kann sich über einen 10-fachen Zoom erfreuen. Das Ganze auch wieder ohne Qualitätsverlust und auch mit 10 Megapixeln. Ja, kameratechnisch liest sich das Ganze auf jeden Fall recht lecker. Aber auch da müssen wir dann mal schauen, wie das in der Realität ist. Denn Zahlen und das reale Leben, das muss ja nicht unbedingt immer miteinander Hand in Hand gehen. Und um die Geräte adäquat am Leben zu halten, hat Samsung natürlich auch Akkus spendiert. Beim S21 gibt es 4000 mAh. Beim S21 Plus gibt es 4700 mAh. Und beim S21 Ultra hat Samsung satte 5000 mAh spendiert. Die Zahlen, das wirkt jetzt erstmal okay. 5000 mAh, gar nicht schlecht. Aber auch da, ihr wisst es, Display, was die Kameranutzung angeht. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und Spannen, eine Display oder eine Nutzung von bis zu erzeugen. Da müssen wir dann auch mal im realen Leben schauen, was der Exynos kann und wie viel Strom und Saft der denn braucht. Alle Geräte werden übrigens mit 45 Watt geladen. Und da finde ich es ganz interessant. Samsung hat jetzt ja vor kurzer Zeit, als Apple die Geräte vorgestellt hat, wieder geschossen und gesagt, Haha, ihr liefert das Ganze ohne Ladegerät aus, kein Ladebrick dabei, das gibt es ja gar nicht. Und jetzt gibt es bei den neuen Geräten anscheinend auch kein Ladebrick mehr. Okay, für mich, mir ist das egal, aber ich finde es trotzdem recht witzig, dass erst geschossen wird, dann wird ein Rückzieher gemacht und es wird auch ohne Ladegerät ausgeliefert, um da noch den einen oder anderen Taler zu sparen. Sei es drum, mir ist es egal. Ich habe davon 100 Stück in der Schublade liegen. Tja, preislich wird das Ganze wohl wieder relativ gesalzen sein, wobei das Gerät anscheinend 100 Euro günstiger werden soll als der Vorgänger. Also es fängt irgendwo bei 900 Euro an und dann geht es bei 1250 Euro weiter, je nachdem, welches Gerät ihr euch aussucht und für welches Gerät ihr euch entscheidet. Aber wie immer, ihr wisst es, ihr kennt mein Motto, Füße stillhalten, denn gerade im Android-Bereich, die Preise, die gehen ja relativ schnell weiter runter und deswegen, wer nicht sofort Early Adopter sein muss, der soll einfach ein bisschen die Füße stillhalten, gucken, vielleicht noch ein paar Wochen, Monate abwarten und dann zuschlagen, wenn er das Gerät zu einem passenden, adäquaten Preis bekommt. Tja, so richtig weiß ich gar nicht, was ich von den Geräten halten soll. Was haltet ihr denn von den Geräten? Findet ihr die Geräte gut, spannend oder sagt ihr, ach komm, das interessiert mich gar nicht so? Haut es mir doch bitte mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Denn bei mir ist es so, dass mich in letzter Zeit eher so die Mittelklasse interessiert. Also die Flaggschiffe der Hersteller finde ich gar nicht mal so interessant, muss ich zugeben. Wobei sich das natürlich jetzt alles interessant liest. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, eine S21 Ultra auszuprobieren, würde ich da auch natürlich nicht Nein sagen. Ist ja ganz klar. Ich bin auf jeden Fall auf den 14. Januar gespannt. Werde mir das Event auf jeden Fall reinziehen. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn die Geräte vorgestellt werden, dann werde ich danach auf jeden Fall einen kleinen Textpack raushauen. Gerade zum S21 Ultra. Quasi das Ende der Nahrungskette von Samsung. Ich bin gespannt, was Samsung noch so raushaut. Ob sie überhaupt was raushauen. Wie das Thema verwurstelt wird. Welcome to the Everyday Epic. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Oder ein Abo, wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid. Das bringt mein Herz zum Leuchten. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschö mit Ö.